Mist, Kiami, heute in einem Multimodal-Radio-Show und ich sag nur, wow, es rockt, ach, es ist mal wieder herrlich, eine Frau im Studio zu haben, ja, wenn man so die Gleichstellungsfoto in einem Multimodal sich anschauen würde, über die letzten zwei Jahre, dann heißt es immer nur, ja, eine Frau im Jahr und sonst nur DJs, von daher freue ich mich besonders, dass du da bist heute und der Sound, ja, auf jeden Fall Bock, Tech House, schön treibend und merkt, dass du schon auch eine Weile DJing bist und das Ganze professionell betreibst, äh, wo legst du überall auf? Fangen wir mal so an. Wo soll ich anfangen? Also, in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, das weiteste war Arabien und, ähm, ja, eigentlich überall. Okay, das heißt, seit wie vielen Jahren machst du das DJing schon? Ähm, ich hab angefangen vor zehn Jahren, bin aber professionell unterwegs seit vier Jahren. I'm a little louder! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.